Der Alarm ist immer nach. Kam raus, wo immer du ausdenkst! Ich habe wieder eine Verarsche von den Rebellen! Ich weiß nicht, wie viele Dots die Inferno da hinten ist! Mein Dott? Nein! Oh nicht! Oh nicht! Oh nicht! Oh nicht! Oh nicht! Oh! Snipen ist ja echt nicht meine Stärke. Kann nicht sein, Alter. Ich treffte mich. Ist einfach schon peinlich. Das ist eigentlich schon peinlich, dass ich ihn echt nicht treffe. Aber ist egal, so kann man die Dinger ja auch ausräumen hier. Wir wollen uns halt ein bisschen auf die härtere Weise. Aber ich weiß, was äh... Oh, was ist's? Oh, was ist's? Ich bin schon 20 Meter. Leute, in daher! Nelbe! Wo ist der? Wer ist das? So, Boss, hast du Angst? Ich weiß nicht welcher das genau war jetzt, ich glaub es war der hier. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Du machst das schon, Alter. Oh. Merde Pfeife. Das kannst du doch. Okay, jetzt geht's los. Nein! Oh. 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 Oh! Oh. Oh. Oh! Es ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Ich will, dass du sagst Mom, Dad. Mom, Dad. Ich liebe euch. Mom, Dad. Ich will nach Hause. Es war sehr schön. Und jetzt mach es noch mal. Nein. Mit mehr Emotionen. Du kannst es doch an ihnen los. Nein. Yo, was? Die Brody-Jungs haben gerade den Funkraum. Benjamin, Benni, Benni. Ich drehe einen Film, okay? Du musst echt abhauen hier, Mann. Die verdammten Idioten schwelten. Nein, du bitte! Nicht so fluchen. Okay, wir sind in Gesellschaft einer echten Dame. Fick dich! Fick mich? Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgebracht. Jetzt verpiss dich von hier! Verschwinde! Ich glaube, es ist wirklich für mein Freund zu leben, okay? Das ist ein riesen Arschloch. Wir gewinnen einen Oscar dafür, okay? Nein, gut. Mach weiter. Okay. Und jetzt noch mal? Ich will, dass du sagst Mom, Dad. Mom, Dad. Ich liebe euch. Mom, Dad. Was? Wo bist du? Oh! Oh! No, jetzt geht's los. Wer hat dich tätowiert? Hm? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Hm? Sie drei vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California Boy ist geil auf das... das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt... ...eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay? Verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir dann? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir... Was? Was? Wer verfickt nochmal? Ist der Wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob... Echt, als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch... So schön gepasst. Völlig zu blöd, dass Cidra dich tätowiert hat. Es reicht es nicht, dich zu töten, man muss dich auslöschen. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason... Ich schwöre bei Gott, man. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Ja. Okay. Lisa, ich komme! Lisa! Wo bist du? Ich bin unterwegs! Oh nein, das Gebäude schlussendlich ein! Ich muss auf die... Das Feuer ist überall! Lisa, ich sehe die Tür, ich komme! Nice shot! Jesus! Jesus! Nicht da lang! Auf keinen Fall da lang! Oh fuck! Ich hoffe, hier habe ich jetzt mal geholfen. Ich halte die Hitze nicht länger aus! Junge! Das muss so gut! Eine Minute! Hilfe! Jason! Ganz urchenlich! Ich komme! Keine Sorge, ich bin da! Oh mein Gott! Und still! Die haben Oliver! Die haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun! Dann los mir nach! Ich habe eine Idee! Okay. Oh! Oh nein! Das kann ich nicht! Das ist der einzige Weg runter! Komm schon! Oh! Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Ich glaube schon! Da drüben! Der Wagen! Er ist im Freien! Den hole ich mir! Holt euch das Fahrzeug! Lisa, du fährst! Was? Fahr! Okay! Okay! Schießt auf den Kopf! Er springt nicht an! Los jetzt, Jason! Jason! Hot Essens! Er vient zum Beispiel! Tollib remains! Here haben wir noch spare! UntertitelkaufwDD